In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man inhomogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung durch Variation der Konstanten lösen kann. Um diese Art von Differentialgleichung lösen zu können, werden zwei Sachen vorausgesetzt. Dass ihr mindestens Grundkenntnisse über das Lösen von Differentialgleichung durch Trennung der Variablen habt und dass ihr bestimmte Integrationsverfahren wie Partielle Integration oder Substitution kennt. Wenn Bedarf, findet ihr im Abspann dieses Tutorials eine Playlist, wo verschiedene Arten von Differentialgleichung sowie die dafür notwendigen Hilfsmitteln zusammengefasst sind. Bevor wir uns dieses Verfahren anhand eines ausführlichen Beispiels anschauen, will ich mit euch den Lösungsansatz schrittweise besprechen und von vornherein auf ein paar wichtige Sachen hinweisen. Diejenigen von euch, die die Ansätze kennen und das Ganze nur als Wiederholung betrachten, können auch gleich zu der Beispielaufgabe springen. Schritt Nummer 1, eigentlich so wie immer, die allgemeine Gleichung überprüfen. Das bedeutet schauen, ob die Gleichung korrekt umgeformt ist. Manchmal muss man auch entsprechend ein bisschen umformen, bis man die saubere Gleichung hat. Wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass wir jetzt die saubere Gleichung haben, so wie abgebildet. Und im zweiten Schritt müssen wir die homogene Differentialgleichung durch Trennung der Variablen lösen. Homogen heißt es, die linke Seite dieser Differentialgleichung nehmen und gleich 0 setzen. Beim Lösen dieser Differentialgleichung durch Trennung der Variablen können natürlich verschiedene Lösungen rauskommen. Zur Erinnerung, alles hängt eigentlich von dieser Funktion hier, von dieser f von x. Und damit ich dieses Lösungsansatz weiterführen kann, habe ich mich jetzt für eine typische Lösung bei der Durchtrennung der Variablen entschieden. Und zwar für diese hier. Wie sowas entstehen kann, werden wir dann gleich später anhand des Beispiels sehen. Im Schritt Nummer 3 kommt es zur Variation der Konstanten. Das bedeutet, die Konstante c wird durch eine Funktion c von x ersetzt. Übrigens nun mal hier so am Rande, deshalb heißt das Verfahren auch Variation der Konstanten. Die Integrationskonstante c variiert, also ist veränderlich. Deshalb wird sie durch eine Funktion c von x ersetzt. Also sieht die neue allgemeine Lösung der Differentialgleichung wie folgt aus. Also praktisch im Vergleich zu der homogenen haben wir nur das c durch ein c von x ersetzt. Und ein nächster Schritt wäre an dieser Stelle y abzuleiten, sodass wir y' bekommen, also die erste Ableitung von diesem Lösungsansatz. Und in diesem Fall müssen wir das natürlich mit der Produktregel bewältigen. Aber abhängig davon, wie die homogene Lösung der Differentialgleichung aussieht, kann man auch an dieser Stelle Quotientenregel oder Kettenregel benötigen. Schritt Nummer 4 y und y' in die inhomogene Gleichung einsetzen und c' von x bestimmen. Mit der inhomogenen Gleichung ist natürlich unsere Differentialgleichung gemeint. Wir setzen hier einfach das y' und das y durch die Terme, die wir vorher aufgestellt haben und formen das Ganze nach c' um. Und wir sind fast fertig. Im fünften Schritt wird c' von x integriert und dadurch bekommen wir c von x raus. Natürlich gelten an dieser Stelle die üblichen verdächtigen Regeln, Substitution, partielle Integration oder Stammfunktion, Bildung mit Hilfe der ln-Funktion. Und wenn wir das erledigt haben, dann kommen wir auch zu unserer allgemeinen Lösung der Differentialgleichung, die wir beim Schritt 3 gesehen haben. Wir setzen dort das c von x mit dem Term, was wir im Schritt 5 rausbekommen haben. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Für den Fall, dass ein Anfangswertproblem vorliegt oder dass eine Randbedienung gegeben ist, wird diese Bedienung benutzt, um die Konstante innerhalb der Funktion c von x zu bestimmen. Was genau damit gemeint ist, werden wir ganz am Ende von unserer Beispielaufgabe sehen. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Bestimme die allgemeine Lösung der folgenden inhomogenen Differentialgleichung erster Ordnung, wobei die Differentialgleichung links abgebildet ist. Wie bereits erwähnt, erster Schritt wäre, diese Gleichung zu überprüfen, ob vom Aufbau her alles stimmt. Beim Vergleich sehen wir, wir müssen nichts mehr verändern. Die Gleichung ist in sauberer Form, also können wir mit Schritt Nummer 2 loslegen. Hier müssen wir die homogene Differentialgleichung durch Trennung der Variablen lösen. Homogen bedeutet, wir nehmen nur die linke Seite von unserer Differentialgleichung und setzen sie gleich 0. Und weil das Hauptthema hier Variation der Konstanten heißt und nicht Trennung der Variablen, habe ich die Lösung für die homogene Differentialgleichung schon vorbereitet. Allerdings ist mir klar, dass nicht jeder von euch nachvollziehen kann, wieso die Lösung so aussieht. Aus diesem Grund, um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich die ausführliche Lösung für die Bestimmung der homogenen Differentialgleichung im Anhang sozusagen getan. Also nach dieser Beispielaufgabe kommt eine Folie, wo ihr die ausführliche Lösung dieser Differentialgleichung findet. Damit wir einfach ein bisschen Zeit an dieser Stelle sparen. Und wir werden jetzt mit dieser vorbereiteten Lösung weiterarbeiten. Bei dieser allgemeinen Lösung haben wir vorne die Konstante c, daran können wir nichts ändern im Moment. Und der Exponent von e sieht ein bisschen seltsam aus, und zwar Minusintegral von f von x dx. Mit f von x ist natürlich das hier gemeint, also das ist dieser Koeffizient oder diese Funktion vor y. Und anhand unserer Gleichung ist das natürlich diese 2, die hier steht. Das ist für uns das f von x. Somit können wir praktisch sagen, yh ist dann entsprechend c mal e hoch Minusintegral von 2 dx. Und das ist ja kein Problem zu integrieren hier hinten. Also dadurch haben wir dann entsprechend c mal e hoch Minus 2x. Die Stammfunktion von 2 ist natürlich 2x und mit dem Minus vor dem Integral, deshalb haben wir e hoch Minus 2x. Im Schritt Nummer 3 variieren wir die Konstante, und zwar das bedeutet für uns, wir setzen hier in unserer homogenen Lösung die Konstante c durch eine Funktion c von x und mal e hoch Minus 2x. Wobei das jetzt ein Ansatz für die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung ist. Und was wir auf jeden Fall mit diesem Ansatz noch machen müssen, ist es abzuleiten, damit wir es in unserer Differenzialgleichung da oben nutzen können. Für die Ableitung benutze ich natürlich die Produktregel. Zur Erinnerung, das hier ist sozusagen allgemein u und das hier ist v. Und die Produktregel, hoffe ich, hat jeder noch in Erinnerung, ist u' mal v plus u mal v' beispielsweise. Also, wenn wir damit loslegen, dann haben wir c' von x mal e hoch Minus 2x und plus c von x mal, bei der e-Funktion kommt die Minus 2 hier nach vorne, dann habe ich Minus 2 mal e hoch Minus 2x. Und das Ganze können wir noch minimal ein bisschen besser zusammengefasst schreiben. Vorne kann ich nichts vereinfachen, allerdings hinten geht noch ein bisschen was. Also vorne bleibt c' von x mal e hoch Minus 2x. Und diese Minus 2 können wir hier nach vorne ziehen und dann haben wir Minus 2 c von x mal e hoch Minus 2x. Also, das wären dann y und y'. Und im vierten Schritt setzen wir y und y' in unsere inhomogene Differentialgleichung und formen nach c' von x um. Also, die Differentialgleichung habe ich nochmal unten abgebildet. Das bedeutet, statt y' schreibe ich hier an dieser Stelle c' von x mal e hoch Minus 2x und Minus 2 c von x mal e hoch Minus 2x. Dann kommt Plus 2y, also Plus 2 mal und y nehmen wir von hier. c' von x mal e hoch Minus 2x und das Ganze soll x mal e hoch Minus x ergeben. Gut, beim Zusammenfassen sollte uns auffallen, dass die zwei Terme hier sich gegenseitig aufheben, also die verschwinden. Dann bleibt hier aus unserer ganzen Gleichung nur noch, ich schreibe es hier kurz rechts an der Seite, c' von x mal e hoch Minus 2x ist gleich x mal e hoch Minus x. Und an dieser Stelle teilen wir noch durch e hoch Minus 2x. Vergessen wir nicht, wir wollten nach c' von x umformen. geteilt durch e hoch Minus 2x und damit kriege ich für c' von x. Also x bleibt x und e hoch Minus x geteilt durch e hoch Minus 2x sind natürlich wieder e hoch x. Und das ist dann die Lösung für c' von x. Als nächstes werden wir natürlich diesen c' von x integrieren, um c von x zu bekommen. Zur Erinnerung, c' von x war x mal e hoch x. Das bedeutet, unser Ansatz, um c zu bestimmen, lautet c von x. Wird ja dann nichts anderes sein als ein unbestimmter Integral von x mal e hoch x dx. Und vom Aufbau hoffentlich ist es gut erkennbar. Man benötigt dafür die partielle Integration. Allerdings will ich mir auch an dieser Stelle ein bisschen Zeit sparen. Und deswegen findet ihr die ausführliche Rechnung für diese partielle Integration, für die Stammfunktionbildung, auch hinter dieser Beispielaufgabe im Anhang. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben das ausgerechnet und die passende Funktion sieht so aus. Also c von x ist dann x minus 1 in Klammer mal e hoch x plus c1. c1 ist eine neue Konstante, damit sich mit unserer Konstante c von vorher nicht beißt. Und schon sind wir beim letzten Schritt, Nummer 6, in die allgemeine Lösung der Differentialgleichung einsetzen. Zur Erinnerung, Schritt 3 haben wir das hier ausgerechnet. Und jetzt haben wir auch für dieses c von x im passenden Term, das setzen wir jetzt auch entsprechend ein und können das Ganze nochmal ein bisschen schöner darstellen. y ist gleich, statt c von x nehme ich eine große Klammer mit x minus 1 mal e hoch x plus c1, Klammer zu und dann mal e hoch minus 2x. Und das einzige, was wir an dieser Stelle noch machen könnten, ist diese große Klammer aufzulösen, also dieses hintere e hoch minus 2x mit jedem Term hier in Klammer zu multiplizieren. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus, dann haben wir x minus 1 mal e hoch x mal e hoch minus 2x sind zusammengefasst e hoch minus x und plus c1 mal e hoch minus 2x. Und das ist dann die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis, was wir auch in unserem Lösungsschema besprochen haben. Wenn ein Anfangswertproblem vorliegt, wird die Bedingung benutzt, um die Konstante innerhalb der Funktion c von x zu bestimmen. Natürlich ist damit dieses c1 gemeint. Ihr setzt einfach für x und y die Werte ein und formt nach c1 um. Das ist alles, was ihr machen müsst. Wie versprochen, hier ist unser sogenannter Anhang. Auf der linken Seite zu Schritt 2 die Lösung der homogenen Differentialgleichung durch Trennung der Variablen. Ich hoffe, der Lösungsweg ist ausführlich genug. Und auf der rechten Seite die partielle Integration, die wir angewandt haben, um c von x zu bestimmen. Ich denke mir, das sollte auch alles nachvollziehbar sein. Und vergisst nicht, ihr könnt jederzeit auf Pause drücken, um das Ganze in Ruhe zu betrachten. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Natürlich gibt es mehrere Arten von Differentialgleichung. Beispielsweise lineare homogene Differentialgleichung in der Ordnung mit oder ohne konstanten Koeffizienten. Das gleiche auch in inhomogen. Sowie spezielle Differentialgleichung erster und zweiter Ordnung. Darunter sehr wichtig, die Trennung der Variablen, die wir heute schon benutzt haben. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.